Na, solange ich genug Skeletze beleben kann. Oh, da kriegen unsere Totenbeschwerer jetzt wieder Mana und schon haben sie, können sie neue Skelette beschwören. Und da ist ein Ring des Schutzes plus zwei. Ich lasse hier, Moment, die Voodoo-Puppe. Oh, das müssen wir uns jetzt auf jeden Fall mitnehmen. Wo ist der Ghoul? Da. Und an Skeletten nehmen wir mit, was man mitnehmen kann. Hier ist Gold. Wofür immer wir das hier brauchen. Aber ich glaube, hier kann man sich ein paar Items irgendwo kaufen. Noch mehr Untote. Und da kommen sie von hinten. So, was haben wir hier? Oh, die gehört zu uns. Da sind wir mehr oder weniger hergekommen, aber hier liegt noch Gold rum. Oh, bewachtes Gold. Sprecht, Dummkopf. Was ist es diesmal? Niemand erteilt mir Befehle. Endlich. Vorsicht. Da haben wir zumindest schon mal eine Monstrosität am Start. Das ist schon mal etwas. Ah, endlich. Ein Level 1 Schreckenslord. Wie putzig. Und da haben wir noch mal eine Mana-Rune. Jetzt werden wir leiden. Ah, endlich. Ah, was haben wir hier? Ah, die gehören auch zu uns. Die Verbellen haben uns fast erwischt, Trench-Arters. Ich würde nicht dulden, dass die meinen von diesem Pöbel ermordet wären. Dann bleiben wir bis zum Ende bei euch. Frostmone hat uns. Ui, da sind wir dann ein bisschen mehr. Und jetzt haben wir zwei Kraftbestien. Wieso? Schön. Wie ein bisschen Feuerkraft hier. Das sind nur die Skelette da hinten. Niemand erteilt mir Befehle. Was haben wir hier? Clown des Angriffs plus 3. Ähm. Mach mal das Schädelschild weg. Das ist schon besser. Endlich. Vorsicht. Ah, endlich. 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 Und weiter geht's. Ich brauche eure Fähigkeiten, kleiner Schemen. Werdet ihr mir helfen? Ich lebe nur, um euch zu dienen, König Alters. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Oh, da scheint was zu sein hier. Niemand erteilt mir Befehle. Frostmone hat Hunger. Ah. Eure Pein wird ohne Gleichen sein. Ja. Sprecht. Kommen unsere Nahkämpfer gar nicht durch hier. Endlich. Jetzt Frostmone! Alle Einheiten auch wieder auf 3-3. So. Hier war der geheime Schalter. Weil der jetzt wirklich nicht schwer zu finden war. Hier holte ich mal ein bisschen Mana hier im Brunnen. Und Arthas geht dahinter. Oh, Stiefel von Keltalas plus 6. Komm, lassen wir Intelligenzmantel da. Den Schemen können wir jetzt auch mitnehmen. Lebt unser Ghoul eigentlich noch? Ja, da. Und noch weitere. Mehr Ghouls. Sind vor dieser Waffenkammer stationiert. Wenn wir an ihnen vorbeikommen, könnten wir die Fleischwagen im Inneren akquirieren. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Endlich. Frostmone hat Hunger. Oh. Noch eine Monstrosität. So, da gibt es ein paar Nerubentürme. Das sind neuartige Türme von den Untoten. Das ist eine mögliche Ausbaustufe. Also man kann die Türme mittlerweile anstatt zu Geistertürmen auch zu Nerubentürmen ausbauen. Die machen etwas weniger Schaden. Eigentlich machen sie fast überhaupt keinen Schaden. Deswegen baue ich sie auch nicht. Allerdings haben sie einen schönen Verlangsamungseffekt. Was ist das diesmal? Frostmone hat Hunger. Ah, gibt es hier in den Kisten was, wenn das hier schon so bewacht wurde? Jetzt Frostmone! Ne. Ah, endlich. Jetzt Frostmone. Da können wir noch... Ah, das sind ein paar Fleischwägen. Endlich Feuerkraft. Sie wird uns zur Überwindung der Haupttour-Verteidigung dienen. Ja, den Schämen, den brauchen wir jetzt nicht unbedingt in dem Level. Die rastlosen Toten warten. Die Toten sollen dienen. Irgendwie nimmt man mir nie das mit, was ich gerade brauche. Wie der Schatten wünscht. Ach, haben die... Oh, die haben schon Leichenexformiert. Und deswegen... Was ist das diesmal? Frostmone hat Hunger. Lass los aus dem Ball. Leichenexformieren ist eine tolle Fähigkeit von den Fleischwägen. Und zwar, dass sie alle paar Sekunden automatisch eine Leiche erzeugen, die man bei den Untoten ja so mannigfaltig nutzen kann. Was ist das diesmal? Die Toten sollen dienen. Sprecht, Dummkopf. Ich werde die jetzt einmal mal in der Untergruppe stecken. Ah, endlich. Die Streitkräfte werden angegriffen. Niemand erteilt mir Befehle. Den nehmen wir doch gleich mal, um direkt an den Pool wieder zu beleben, nur damit er gleich wieder umfällt. Ja, da sieht man mal den Schadensunterschied zu einem Nerubenturm. Wer hat elf bis zwölf oder so gemacht? Keine Ahnung. Jedenfalls viel zu wenig eigentlich. Was haben wir hier? Ah ja, aber füllen wir das Ding hier runterfahren. Kann man so schön langsam durchkämpfen wieder. Eine Giftkugel. Oh, die nehme ich auf jeden Fall mit. Und da lassen werde ich ein Ring des Schutzes plus eins. Dann macht unser Arthas zumindest mal wieder ein bisschen mehr Schaden. Da ist ein Reif des Adels. Hier gibt es Mana-Steine wie der Herrsch-Streamstränke und Mana-Tränke. Eigentlich nichts, was ich wirklich brauche. Ich glaube, das ist das hier. Oder nehme ich mal lieber nur unseren Arthas hier mit. Dann können wir das hier mal als Übergang benutzen. Jetzt wieder ein bisschen Gold und hier ist ein Energie-Anhänger. Das war das jetzt der... Das war der 150er. Das brauchen wir jetzt nicht. Das ist schon besser. Frostmone hat Hunger. Was ist das diesmal? So, da habe ich doch mal noch eine Gruffbeste dazu gekriegt. Endlich. Gruffbeste und ein Schemen war das. Ja. Frostmone hat Hunger. Jetzt Frostmone. Endlich. Eure Pein wird ohne Gleichen sein. Das ist schon besser. Warum sind Fleischwägen? Vorsicht. Ah, endlich. Endlich. Und jetzt mal schauen, was in den Kisten hier ist. Das wäre eine Überraschung. Gar nichts. Niemand erteilt Miele. Dieser Haufen Leichen kommt uns gut zu Pass. Wir können sie wieder erwecken und damit unsere Streitkräfte verstärken. So, jetzt brauchen wir mal ganz kurz die hier. Sprecht, Dummkopf. Vorsicht. Was lasse ich denn dafür jetzt da? Endlich. Eine kleine Angriffe bis drei kann man da lassen. Frostmone hat Hunger. Endlose Pein wird euch erwarten. Oh. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Das ist sehr brauchbar. Niemand erteilt mir Befehle. Das ist schon besser. Diese Eisentür kriegen wir also nicht auf. Endlich. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Das ist schon besser. Endlich. Tja, dann halt nicht. Wobei, Moment, da war... Ach ja, genau. Jetzt hätte ich das beinahe wieder übersehen. Sprecht, Dummkopf. Da hinten gibt es ja auch noch was. Ah, endlich. Äh. Achso, da war nur eine gute Tokenbeschwörung. Jetzt werdet ihr leiden. Aber ich wusste, da war was. Noch einen Fleischwagen lassen wir da. Niemand erteilt mir Befehle. Sprecht, Dummkopf. Das ist schon besser. Der Fleischwagen kann hinter dem anderen Fleischwagen herfahren. Was ist des Schattensbegehr? Niemand erteilt mir Befehle. Für den Lichtkönig. Wie der Schatten wünscht. Ah, endlich. Endlich. Dann schauen wir hier mal weiter. Weil wir das Ganze hier auch irgendwann mal fertig kriegen. Auch wenn das Ganze hier... ...ein gutes Stück noch dauert. Frostmone hat Hunger. Eine Rune des Abschirmens, die werden wir brauchen. Endlich. Ist immer so. Überall wo es eine Rune des Abschirmens gibt, kommt kurz darauf... ...irgendwelche Ultra-Harten-Zauber... ...wie man so schön entgegen kann. Der hat eine Vampir-Aura. Nice. Für alle, die nicht wissen, was eine Vampir-Aura ist... ...das ist einfach eine Aura, die Nahkampf-Schaden... ...die alle Nahkämpfer Leben stehlen lässt. Und zwar, wieviel bei dem 20% ist. Also Rang 2. Ah, endlich. Haben wir schon wieder irgendwas verloren. Frostmone hat Hunger. Ne, wir haben eben wieder mit. Das war, glaube ich, ein Ghoul. Endlich.